3 2 1 so test test 1 2 3 wo ist meine ferne die ich sehe wie man nix war ich bin blind ich habe was auf den augen so ich hoffe ihr seht es auch alle denn ich dachte ein neues spiel was ich blöd finde ist einfach die brille muss genau auf den augen sein ansonsten hast du alles verschwommen man hört mich auch ich soll schnell das mikro ich mache ein bisschen vorne gehört man das auch knatzt der stuhl legt mich am arsch ich bin nicht gespannt ich habe mich auch sehr jetzt selber habe schon nie gehabt dass man sich das was ich mich selber verspreche ich mir mal so das erste ja okay hat schon zweimal vorher aber jetzt klappt es hoffentlich dass mein ton hört und 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 okolo studios strike t gunfire games du we got a live well actually that's not quite accurate tell me do you know where you are you might wanna take a look at your hands hate to break the news but you're dead hmm there is etwas anderes über dich, etwas speciales. Ich habe ein paar gute Nachrichten. Ich kann dich zurück in Leben bringen, aber du musst mir helfen. Ich glaube, du kannst das tun? Schau, der Geschäft ist ein bisschen lang. Siehst du, die Gunslinger gab es ein Dime-A-Dozes hier. Aber inzwischen... Ich habe nur noch nicht viele Coffins. Ich brauche dich zurück zu da, und es sollte ein paar schlechte Leute sein. Oder ein paar gute Leute sein. Nein, du wirst nicht so gut sein, ohne eine Schraube. Mal schauen. Ich glaube, ich habe den, du warst mit. Ich glaube, ich bin tot. Ja, klar. Ja, kann ich? Ich kann jetzt auf. Ich kann das jetzt auf. Ich kann jetzt auf. Eine Muni. Ich bin mit der Homme wo ich meine Munter lach. das ist kein moni ja warte ich muss noch entsichern ich bin mir zu blöd dafür ja 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 Jetzt schauen wir, ob du etwas kannst. Was ist das? Push-up. 2. Was ist der 2? Ich kann mich zeigen. Jetzt, kurz anzauber. Es ist ein schnelles Flipp. Einmalen Flipp. Dann Flipp. Dann Flipp. Es versuchen. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh. Ok teilweise. Kann das Magazin rausholen? Meine Frisse... Was steht da? Wie hätte die jetzt? Ich seh die auch natürlich, ne? Weißt du was ich meine? Oh Gott... Where is it to go? Genau, das war es jetzt. Wenn ich die bekäme... Wo war ich da hier rum? Was für ein Arsch... Oh! Hallo, bewegt dich doch! Jan, bewegt dich doch nicht, obwohl ich dich bewege! Hallo? So... Steht jetzt immer das Gleiche... Oh, ist das eine Scheiße! Oh Gott... Geht nicht total. Es kommt Steuerung. Geht nicht. Oh, ich bin sehr jung. Hä? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das denn jetzt? Was heißt das? Oh, hier. Settings. Settings. Und von. Natürlich gibt's keinen. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Ausgerechnet jetzt hab ich was im Auge, ey. Weg mich am Arsch. Heute ist aber echt der Wurm durch. Aber das Spiel gefällt mir nicht so ruhig. Klick da. Warte. König. Vielleicht. Ich leuter mich wieder voll. Ops. Voll gegen das Mikro. Warum ich starte. Target range. Bebebe. Du 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 du. Ha ha. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Der Timer. Du bist da wirklich mal ein Spiel. Es gibt hier nichts. Es gibt hier nichts. Es fehlt nichts. Es tut hier echt die Antwälder. Es ist gut, dass es durchgeht. Was ist das? Hey, was heißt das? Hey, was ist mit der Steuerung? Was ist mit dem kleinen Arm? Der Arm ist weg. Erin. Alles. Wicke ich in diesem Arm? Wicke ich noch. Wicke ich noch. Wicke ich noch? Wicke ich noch nicht. Wicke ich noch. Wicke ich noch! Du musst immer durchgehen, oder? Leck mich doch mal! Ich weiß nicht, ich bin keine Ahnung. Topics out to score 110. Fesser geht leider nicht. So gut finde ich das Spiel auch nicht. 25.000, denk mich aber nicht. Durch die Knalle. Ops. Du bist du? Du bist du? Pop tut die Hand weh. Die ganze Zeit die Scheiße zu halten. Keine Ahnung. Ich würde sagen, das war auch das erste Spiel. Ich weiß nicht so lange. Aber ist komisch das Spiel. Ich würde sagen, wir spielen direkt danach das nächste Spiel. Ich glaube das war dual geformt. Ich guck mal, ob es besser ist. Guck mal, ob ich meine Hand habe. Guck mal, ob ich meine Hand habe. Guck mal, ob ich meine Hand habe. Ja, was kann man jetzt machen? Das ist die Frage. Ich würde sagen, tschüss. Und bis zum Deck spielen. Was hoffentlich besser ist. Äh, ein bisschen enttäuschend finde ich auch. Weil das immer so schliert. Man sieht auch im Kopf was. Ohne Witz. Was? Das geht auch nicht mehr. Hast du das vergessen? Are you sure? Ja. Wieso geht die Scheiße nicht mehr? Was ist das denn? 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 Ach Gott. Ja. Ich würde sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung warum das nicht mehr geht. Aber facken die raus. Tschüss.